Du bist zu spät. Wie ist es damit für deine passiert? Du bist zu spät. Irgendwie... Irgendwie kannst du ihn verstehen. Ja? Naja. Kennst du das nicht? Ich meine... Das ist ja vielleicht auch ganz normal. Ja, klar. Und irgendwie hatte er Lust, dich zu ficken. Du, das kenn ich. Das kommt so aus der Mitte. Das ist so ein Impuls. Jetzt war mal nicht gleich so ein Film, ja? Ich freu überhaupt keinen Film. Ach, du hast einen Knall. Weißt du, was mich richtig ankotzt an dir? Dass du immer... Dass du immer... Ich freu mich. Dschau mal nicht, dass du immer stärker. Du bist ganz sicher.